Hallo meine lieben Tratis, ach wie freue ich mich, dass ihr wieder bei mir reinschaut und dass ihr euch heute dieses tolle Armband anschauen wollt, wie das gefertigt wird und ja, die Idee, die ist von der lieben Heike Jordan, die hat ja auf unserem Draht-Event dieses Jahr dieses Armband mit den Tratis gefertigt und naja, ich wollte es schon viel, viel früher reinsetzen, aber ich habe leider, leider nicht so viel Zeit gehabt, ihr Lieben und deswegen habe ich jetzt mir gedacht, nee, jetzt musst du das machen und es gibt natürlich auch einen Anlass dazu, dass ich euch das hier heute präsentiere, denn wer am Sonntag in meinem Live bei TikTok gewesen ist, der hat es schon mitbekommen und der ein oder andere von euch ja vielleicht auch schon, dass wir die 10.000 Abonnenten hier auf YouTube haben und da wollte ich mich natürlich ganz, ganz lieb und herzlich bei euch bedanken, ihr Lieben und nehme das natürlich auch gleich zum Anlass, dass wenn ihr jetzt wieder bestellen möchtet, dass ihr sage und schreibe ganze 20% von uns bekommt und wie soll der Gutscheincode heißen? Natürlich 10.000, also 10.000 klein geschrieben alles, ausgeschrieben, nicht als Ziffer, als Zahl, sondern mit Buchstaben, 10.000. Ich verlinke euch das aber hier gleich noch und dann könnt ihr wunderbar den Gutschein im Gutscheinfeld eintragen. Wer es natürlich vergisst, da können wir nachhinein nichts mehr machen, ihr Lieben. Also bitte immer gucken, wo ist das Gutscheinfeld und dort den Gutscheincode 10.000 eingeben. Ja und jetzt seht ihr hier schon, ich habe das Armband jetzt nachgearbeitet nach Vorlage von Heike Jordan und ihr seht ja, dass ich das mit Wachsperlen gemacht habe. Ihr könnt es aber auch mit Glasschliffpärchen machen, aller Art, was ihr so in den Fingern bekommt und es sieht bestimmt immer hübsch aus und die Farbkombi könnt ihr natürlich wählen. Ich habe hier einmal einen glitzergeprägten Draht genommen, der Platindraht und der sieht richtig mega aus und schaut mal, wie der glitzert und funkelt. Das ist also wirklich der tolle glitzergeprägte Draht. Der ist von der Stärke her nicht ganz zwei Millimeter, da fehlt ein ganz minimales Müh. Er gilt aber hier unter den zwei Millimeter Treten. Dann habe ich einmal euch mitgebracht, passend dazu, Rosa. Rosa in 1,2. Ihr könntet natürlich auch ein Millimeter verwenden, aber dann wird das Armband so ein bisschen lapperig und es soll ja eine gewisse Stabilität haben, ihr Lieben. Also wer 1,2 hat, der nimmt 1,2. Wenn ihr jetzt 1,5 nehmen wollt, das ist ein bisschen zu kräftig. Na sicherlich geht das auch, aber 1,2 ist die perfekte Wahl. Und dann seht ihr auch schon die Kombi Rosa und Platin. Das ist also wirklich sehr, sehr edel. Und als Webstück, als Flechtung habe ich hier einen ganz normalen 1 Millimeter Draht mitgebracht. 1 Millimeter in 1 Meter. Da werden dann die Perlchen miteinander verbunden. Ihr könnt natürlich hier auch eine dunklere Farbe nehmen. Also ich habe jetzt mich einfach hier für Silber entschieden. Aber egal wie ihr das macht, das ist richtig, richtig mega. Als Hilfsmittel habe ich für euch die dritte Hand mitgebracht. Ihr könnt es natürlich auch ohne dritte Hand machen, ganz klar. Aber mit der dritten Hand habt ihr eine bessere Handhabung. Deswegen wahrscheinlich auch dritte Hand. Und es ist einfach besser. Ja, probiert es gerne aus, wer das möchte. Und ansonsten, wer sagt, ach man, ich habe das Gerät nicht, ich habe das Werkzeug nicht. Es gibt 20 Prozent, ihr Lieben. Da schlagt mal zu. Natürlich nicht, wo Angebote sind oder wo die Sparpakete, da geht es natürlich nicht. Aber alle anderen Produkte könnt ihr 20 Prozent euch ermopsen. Ich habe euch mitgebracht, den Seitenschneider mit dem ergonomischen Griff. Bei diesem Armband finde ich es besser, wenn man diesen nimmt. Der hat nämlich eine ganz, ganz spitze, spitze, hätte ich jetzt gesagt. Weil am Ende könnt ihr akkurat die Drähte damit abschneiden. Also der ist wirklich mega, mega. Wer ihn noch nicht hat, haut ihn euch ins Warenkörbchen. 20 Prozent gibt es da drauf. Und dann habt ihr dieses gute Teil. Es ist auch ein hochwertiges Werkzeug. Ihr seht es schon. Edelstahl. Ebenso Edelstahl auch eine Rundzange. Ihr könnt aber gerne, die gibt es im roten Griff. Ich glaube, die mit dem grünen habe ich gar nicht mehr. Das weiß ich jetzt gar nicht. Aber ihr könnt auch eine ganz einfache Rundzange nehmen. Rundzange ist immer Rundzange. Also kramt euch die Werkzeuge und dreht raus, was ihr habt. Und ansonsten bestellt ihr das. Ihr wisst ja, wo es die Sachen gibt. So. Ich habe von dem glitzergeprägten Draht im Platin, habe ich zwei Stränge auf 35 cm abgeschnitten. Ebenso den in rosa 1,2 mm starken Draht, auch den in 35 mm. Und dann schneidet ihr euch bitte ein Meter ab von den 1 mm Draht und öffnet den und dann einmal die Hälfte nehmen. Das sind ja dann 50 cm. So. Ungefähr jedenfalls, ihr Lieben. Und dann nehmt ihr euch den 1,2 mm Draht und wicketet euch den hier so rüber. Lasst gerne ein bisschen mehr Platz. Ich habe jetzt hier, was wird das sein? Ich schätze mal so 5,5 cm. Ja, nicht ganz. Das sind 6,5 cm. Also voll daneben. Aber das ist egal. Also 6 cm, 7 cm dürft ihr gerne einmal lassen. Jetzt muss ich mal gucken. Ich habe hier ein Werkzeug vergessen, leider. Mit der Backenzange. Also, damit das jetzt hier nicht immer rutscht, nehmt ihr euch auch hier die Backenzange zur Hand. Also drückt euch das ganz, ganz vorsichtig einmal hier so drauf. Damit ist das fest fixiert, ihr Lieben. Und der Draht wird nicht demoliert. So sieht es jetzt aus. Und jetzt nehmen wir unsere beiden glitzergeprägten Drähte und legen die oben drauf. Das seht ihr so, ne. Und damit das einen schönen Halt hat, dafür nehmen wir jetzt unsere dritte Hand und öffnen die. Da ist es egal, welche Seite ihr nehmt. Das eine, das ist jetzt hier mit ein bisschen Leder ausgeglichen. Das eine ist ein bisschen feiner und das andere ein bisschen gröber. Dann nehmt ihr euch die Drähte, wenn die jetzt enger zusammenstehen, unten ist das auch nicht schlimm, ihr Lieben, und packt es euch richtig schön fest hier rein. Also nicht nur am Anfang, sondern schiebt euch den Draht richtig schön weit hinter. Und dann mit dem kleinen Holzblock dann hier durch. Der 1 mm Draht oder 1,2, der macht jetzt hier gleich mal die Biege, aber wir kriegen ihn. Wir kriegen sie alle. So, und dann richtig schön hier fest. Und dann ist sitzend die Drähte auch richtig gut. Und am Ende wird es sowieso geöffnet. Also von daher braucht ihr keine Bedenken haben. Jetzt haben wir die Drähte alle so liegen. Und jetzt nehmen wir uns die schönen Perlen. Ich habe mich hier für die Wachsperlen entschieden. Und zwar ist das Perlmut Rosé. Ich finde das richtig mega klasse. Das sieht hier im Bild etwas dunkler aus. Jedenfalls jetzt, wenn ich hier so rauf gucke. Die haben so einen richtigen schönen Perlmutschimmer und passen wunderbar zu dem Rosa und zu diesem Platin. Aber ihr könnt natürlich die Perlenfarbe nehmen, wie ihr möchtet. Und dann geht das ganz entspannt. Ihr fädelt euch hier eine Perle auf. Richtig schön weit bis runter. Und jetzt nehmt ihr den Draht, den ersten, den 1 mm Draht. Und der kommt jetzt hier dazwischen, zwischen dem mittleren Draht. Also den schieben wir jetzt hier einmal durch. Ich mache es auch ganz langsam und zeige das richtig hier in der Kamera. So. Und dann einfach wieder nach unten weg. So, der liegt ja in der Mitte. Und das machen wir jetzt hier bei der anderen Seite natürlich auch. Wir nehmen den linken Draht und führen ihn hier einmal rüber. Und durch den zweiten Draht, also zwischen den beiden 2 mm Drehten an der rechten Seite von dem 1,2 mm Draht. Da geht ihr durch. Ach, was war das jetzt gerade für ein Satz, ihr Lieben. Aber ihr versteht das. Am Anfang habe ich auch gedacht, äh, ich war ja zwar bei den Drahtreffen dabei, klar, wo soll ich sonst sein. Aber ich habe nicht direkt zugeschaut, wie dieser Workshop von Heike gemacht wurde mit diesen Armbeinen. Und alle waren sie begeistert. Und ich hatte das eigentlich schon versprochen, schon länger euch mal zu zeigen. Und vor allen Dingen für die Leute, für die lieben Drahtis, die nicht mit dabei waren. Wir schieben wieder eine Perle auf. So. Und jetzt geht das wieder. Die beiden Drähte liegen immer unterhalb. Die 1 mm Drähte liegen immer unterhalb von diesen 2 mm Glitzer geprägten Drähten. Und jetzt geht ihr wieder nach oben. Und da, wo die linke Seite vom 1,2 mm Draht, also von dem rosanen Draht, da gehen wir hin. Und zack. Gar nicht so weit drücken, also so, dass der 1,2 mm Draht immer schön in der Mitte liegt. Und auch den nehmen wir jetzt, schlagen ihn rüber. Und jetzt müssen wir hier durchgehen. Also hier durch muss der Draht, so. Und einmal durchgehen und wieder zur Seite. Das werden wir jetzt, ich zeige das euch jetzt nochmal. Und dann werde ich das hier etwas schneller machen. Wahrscheinlich nicht im schnelleren Durchlauf, ich muss mal gucken. Und ansonsten quatschen wir. Also wieder, den Draht von unten nach oben, einmal hier durch, linke Seite vom rosanen Draht. Und den 1 mm Draht nehmen wir jetzt und schlagen ihn rüber, über diese Perle. Und rechte Seite vom rosanen Draht. Ich hoffe, dass das jetzt hier, wenn ich das im Video zeige, das weiß ich gar nicht, nicht, dass das dann spiegelverkehrt rüberkommt. Aber ihr wisst, wie ich das meine. So, und jetzt kommt schon wieder die nächste Perle. Je nach Armdicke, Armstärke, ich habe jetzt hier einmal 16 Perlchen genommen. 16 Millimeter, also 16 Perlen, 16 Wachsperlen habe ich hier genommen. 8 Millimeter Stärke und nennt sich Perlmut Rosé. Aber wir haben eben auch ganz andere Farben noch, die ihr gerne dafür benutzen könnt. Und, ne, so, also das ist ja, ich sage immer Wurst, Piepe. Ja, und bei der Gelegenheit wollte ich eben auch nochmal sagen, dass das Drahttreffen richtig, richtig toll war. Und dass ich mich sehr, sehr gefreut habe, auch für die vielen Geschenke. Ihr Lieben, ich habe ja schon länger noch was geplant, dass ich eine Videobotschaft für euch mache. Die sollte eigentlich schon längst im Kasten sein. Nein, seht es mir bitte nach, ich habe es noch nicht geschafft, aber ich vergesse euch nicht. Ich vergesse keinen Drahti. Also das kommt noch. Und, ja, und für die anderen Drahtis hier, die immer fleißig bei YouTube durch, also zuschauen und den Kanal am Wachsen und am Leben halten. Nämlich, dass sie den Kanal abonniert haben, dass sie die Glocke gedrückt haben, dass sie kein Video von mir verpassen wollen. Und dafür bedanke ich mich ganz, 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 ganz herzlich, ihr Lieben. Und als Dankeschön gibt es eben diesen 20% Gutschein. Ihr wisst ja, dass wir lange keine 20% mehr rausgehauen haben. Aber bei 10.000, da mache ich das. Und dann, ihr Lieben, habe ich ja noch eine Überraschung. Ach, alles voller Überraschung hier. Ja, ich habe ja gesagt, wenn die 10.000 voll sind, dann werde ich ein besonderes Video drehen. Dieses Video weiß ich allerdings noch nicht, ob ich das in einem Video mache oder in mehreren Schritten oder dass das dann ein längeres Video wird. Das weiß ich noch nicht, wie ich das am besten mache, ohne dass ich euch damit überfordere. Es kann also gut möglich sein, dass ich das in mehreren Etappen mache, sodass ihr immer wieder nachgucken könnt. Oh, wie war denn der Anfang? Oh, wie war die Mitte? Dass man nicht jedes Mal wieder reingucken muss in das Video, sondern dass man sich diese bestimmte Stelle dann aussucht. Ja, ich weiß, ihr zappelt schon. Was ist es denn? Was wird es denn für ein Video sein? Na ja, meine TikTok-Fangemeinde, die weiß es schon so ein bisschen. Es wird, schaut mal, wie mega das aussieht, ihr Lieben. Es wird eine Elfe werden. Eine Elfe aus Draht. Ihr habt das sicherlich ja schon mal gesehen, dass ich so eine Elfe in meiner Schale sitzen habe, in einer Blumenschale. Die habe ich damals in Gemeinschaftsarbeit mit Zita gemacht und allein an dem Hütchen habe ich schon gefühlt einen Tag gesessen. Ich werde das natürlich nicht so in einer Riesen-Elfe zeigen, sondern die wird schon etwas kleiner werden, aber trotzdem wird sie ja wachsen. Und ich werde bestimmt auch das ein oder andere Detail anders gestalten, vielleicht für euch auch ein bisschen einfacher gestalten, denn so ohne ist diese Elfe nicht. Und ja, ich denke mal, das wird euch bestimmt freuen. Und dann muss ich mich demnächst gleich an dieses Projekt wagen und werde dann wahrscheinlich diese Aufnahmen, naja, wie gesagt, ich weiß es noch nicht ganz genau, ob ich dann, guck mal, hier ist ein Perlchen, das ärgert mich. Da ist das Loch zu klein. Das ist aber kein Problem, geht jetzt durch, aber es ist kein Problem. Ihr wisst ja, wir haben hier eine Perlenlochpfeile und damit kriegt man auch diese kleinen Löcher etwas größer. Ach, und da freue ich mich auch drauf. Und ich freue mich sowieso, auch wenn ihr mich dann mal live seht bei TikTok. Ich war ja nun am Sonntag da und es kann auch sein, dass ich vielleicht sonntags späten Mittag öfters mal dann live gehe. Ich habe keinen festen Tag, ihr Lieben, aber in der Woche ist es immer schwierig. Wenn ich dann mal live gehe, da sind dann die Telefonate und die E-Mails zu beantworten. Und ich bin ja ständig immer unterwegs hier in unserer kleinen Firma und wobei so klein ist die gar nicht. Wer schon mal hier war, der weiß das. Aber wie gesagt, ich muss mal schauen, wie ich das mache. Auf alle Fälle freut es mich eben, dass ich mit euch gemeinsam hier diesen Erfolg auch feiere. Es sind jetzt 282 Videos. Und ihr Lieben, ich habe wie viele Stunden, Tage, Monate, also Wochen, Monate ich da dran gesessen habe, wenn man alles mal zusammenzieht und zusammen zählt. Vor allen Dingen, ich glaube, da kommt schon ein bisschen was zusammen. Denn es ist ja nicht nur das, was ihr seht, dass ein Video vielleicht mal 30 Minuten geht, sondern die Vorbereitung alleine schon. Und dann, wenn es fertig ist, dass es geschnitten wird, dann das Produktfoto, was mich öfters mal ärgert. Weil nicht jeder Tag ist ein Tag, wo man die Kamera anschmeißen kann, ihr Lieben. Und so ist es eben. Aber es macht mir trotzdem viel, viel Spaß, euch zu zeigen. Und wisst ihr, was das Schönste daran ist? Ja, auch wenn ich mal etwas raten möchte und denke, wie ging das denn jetzt? Halleluja, wie hast du denn das gemacht? Ja, dann schaue ich bei mir selbst in den Kanal rein und gucke mal, wie ich es gemacht habe. Bei 282 Videos und so lange weiß man auch nicht mehr alles. Aber ihr habt eben die Chance, da richtig immer schön zu gucken. So, jetzt habe ich das hier gemacht. Und ihr seht schon, das ist die obere Seite, das ist die Rückseite. Ihr könnt natürlich beide Seiten verwenden. Das, was für euch besser aussieht, das nehmt ihr einfach. Ihr könnt auch viereckige Perlchen reinsetzen. Wir werden demnächst größere viereckige Perlchen haben, Würfelperlchen. Da könnt ihr mal gucken. Da ist eine ganze Menge an Lieferung gekommen. Und natürlich auch die kleinen Mini-Perlchen. Da sind wir schon ganz, ganz lange dran. Die sind von Precosia, oder wie das ausgesprochen wird, ich hoffe, dass ich es richtig ausgesprochen habe. So, jetzt guckt mal. Ich habe jetzt hier unten, das war ja unser Anfang, den wir hier gemacht haben. Ich messe den mal ab. Der darf gerne etwas länger sein, ihr Lieben. Ich habe jetzt hier vier Zentimeter. Und am Anfang hatte ich ja was gesagt von 6,5. Das stimmt fast. Das sind jetzt 6 Zentimeter der Draht. Aber durch das Hangeln hier mit der, habe ich nicht aufgepasst. Und da sind die Drähte kürzer geworden. Aber auch das ist nicht schlimm, ihr Lieben. Wir zaubern. Und wer ein richtiger Drahti ist, der zaubert eh immer. Und fuschelt. Und wir fuscheln ja auch gerne. Ich nehme jetzt also hier diesen Anfang und wickele mir diesen Draht jetzt hier einmal. Das ist jetzt dieser 1,2 Millimeter Draht. Und wickele ihn mir jetzt hier ein, zwei Mal hier um diesen Draht herum. Um diesen glitzergeprägten 2 Millimeter Draht herum. Und dann schneide ich das ab. Wenn ihr das abschneidet, ihr Lieben, lasst ruhig mal ein Stückchen Platz. Schneidet es nicht ganz an der Kante. Aus dem einfachen Grunde. Ihr seht dann, ob ihr das dann doch nach oben legt, das Reststückchen. Oder ob ihr das unten ein bisschen einbaut. Und dann kommt ihr auch besser mit der Rundzange dran. Ich habe das im Probeversuch kurz geschnitten. Und dann kam ich mit der Rundzange nicht mehr so richtig rein. Und dann verguxelt ihr den Draht. So, deswegen lassen wir den jetzt erstmal hier. Und jetzt nehme ich diesen Draht und mache ihn so ein bisschen spitz. Ich lege ihn praktisch jetzt hier so ein bisschen über Kreuz. Und werde den einen Draht um den anderen schieben. Da einmal rum. Und dann noch einmal rum. So, und den könntet ihr jetzt auch abschneiden. Und ihr könntet dort jetzt, wenn ihr den gekappt habt, einmal ein Kringelchen machen. Und dann kann man das wunderbar raufschieben. Ihr könnt aber auch zwei machen. Ich schneide es jetzt mal für euch jetzt hier ab. Und dann nehme ich natürlich die Rückseite. Und da ist nämlich dieser Seitenschneider, dieser Drahtschneider richtig gut. Nehmt auch gerne eine Backenzange nochmal und drückt es euch richtig ran. Wichtig ist, ihr müsst es nicht feilen, das Ende. Aber wichtig ist, wenn ihr das euren Kunden anbietet oder verschenkt, dass das eben auch nicht kratzt, ihr Lieben. Und jetzt könnt ihr euch hier einen kleinen Kringel machen. Ich habe ja erwähnt, dass ich das leider zu kurz abgeschnitten habe. Ich möchte mit euch aber nicht das Video neu drehen. Aus dem einfachen Grunde, wir fuscheln jetzt hier einfach mal. Denn auch euch kann das mal passieren. Und dann seht ihr, was daraus entsteht. Immer, wenn ihr die Rundung gemacht habt, einmal abschneiden den Draht. Und aufpassen beim Abschneiden. Ich habe mir so auch schon mal in die Fingerkuppe geschnitten. Halleluja, das tut gut, Aua. Wir tun jetzt mal so, als wenn der Kringel etwas größer ist. Geplant war es jedenfalls. Aber nicht verzagen. Wir machen es. Und jetzt nehmen wir uns den Haubock und tämmern das Ganze mal ein bisschen. Achtung, Ohren zuhalten und nicht auf die Finger oder Perle hauen. So, und dann funkelt das nochmal so richtig. Und jetzt könnt ihr euch den Draht hier einmal so rüberlegen. So, dann habt ihr einmal einen sauberen, vernünftigen Verschluss. Und am anderen Ende habe ich ja gesagt, mit dem Draht, mit dem 1,2 mm Draht, dass man den nicht zu kurz schneiden soll, dass ihr praktisch mit der Rundzange hier noch schön rein könnt. Und euch dann diesen Draht so reinschlagt. So. Und dann ist das wirklich eine schöne, saubere Geschichte. Und es piekst nicht. Ihr könnt auch zur Not mit der Backenzange nochmal rüber gehen. Aber schaut mal, das ist jetzt wirklich ein sehr, sehr edler Abschluss. Und nun haben wir ja noch die andere Seite. Jetzt haben wir hier aber ein paar Drähte mehr. Denn diese Drähte waren am Anfang ja nicht. Und da habe ich jetzt auch geguckt, wie machst du das am besten? Natürlich jetzt nicht hier nochmal rumschlagen, aber auch da könntet ihr nochmal so ein Muster machen. Ihr seht das. Also es ist sehr, sehr vielfältig, dieses Armband. Aber wir wollen ja das Armband machen, wie Heike es gemacht hat. Und ich weiß auch noch nicht, wie ich das nenne. Da muss ich jetzt nach dem Drehen, muss ich jetzt gucken, wie soll das denn mal lauten. Das, was für ein Name soll das schöne Armband bekommen. So. Ich wickele jetzt praktisch zweimal den Draht hier so rüber. Hier habe ich ihn jetzt einmal noch oben. Und gehe da nochmal durch. Das überlasse ich gerne eurer Fantasie, wie ihr den jetzt einwebt. So. Jetzt, theoretisch wird das aber abgeschnitten. Und jetzt ist es so, dass ich den Draht noch habe und den Draht. Also werde ich diesen Draht nehmen, den einzelnen. Sicherlich könntet ihr den auch noch zum Schneckchen machen und hier mit ransetzen. Das mache ich jetzt hier bei dem mal nicht. Ich nehme jetzt diesen 1,2 Millimeter Draht. Und gehe hier einmal. Und ich komme mal näher ran zu euch. Ich glaube, das ist besser. So einmal. Und zweimal. Und lasse den jetzt auch wieder hier ein bisschen stehen. Schneide den etwas kürzer ab. Weil ich einfach gucken will, wie gestalte ich das. Und nehme auch wieder diesen Bogen. Ihr seht schon, ich gehe jetzt hier runter. Und den überkreuz. Und muss natürlich auch wieder diesen Draht, diesen einen Draht, so ein bisschen wickeln. Das heißt, ich wickele den jetzt hier einmal und zweimal jetzt hier herum. Gerne mit der Backenzange einmal nochmal richtig glatt drücken. Und jetzt habt ihr hier die ganzen Träteleins. Und da könnt ihr den einnehmen und durchs Löchlein stecken hier. Ein bisschen ziehen. Und gerne auch nochmal ein zweites, bevor ihr es abschneidet. Weil dann habt ihr den Draht richtig schön. Schaut mal. Mit der Wundzange könnt ihr das natürlich auch noch ein bisschen sauber zusammendrücken. Das sieht dann aber kein Mensch mehr. Das erzählen wir natürlich auch keinen mehr. So, und hier gehen wir jetzt hier auch wieder einmal durch. Da müssen wir gucken, wo wir hier ein Löchlein finden. Wo das ein sauberer Abschluss wird. Haltet ruhig einmal den Finger rein, damit der Draht sich hier auch schön glatt anschmiedet. Und ein zweites Mal könntet ihr auch nochmal da reingehen. Wenn ihr Platz habt. Ich habe hier Platz. Habt ihr sicherlich auch. Und schiebt euch den Draht wieder hier durch. Einmal Finger oder Daumen rein. Nur rechtzeitig wieder rausnehmen. Und jetzt nehmt ihr die Rundzange. Und macht die Träte auch wieder so ein bisschen zusammen. Zuppelt das hin. So. Und das können wir gleich abschneiden. Aber guckt mal. Das ist doch relativ vernünftig gemacht. Und bevor ihr das jetzt abschneidet. Werden wir jetzt hier einmal die Träte kringeln. Ich schneide jetzt hier natürlich nicht ganz so viel ab. Ich möchte ja. Und den auch nochmal. Der flog irgendwo jetzt bei mir in die Kiste. So. Den können wir jetzt hier einmal abschneiden. Und da könnt ihr. Und das ist nämlich das, was ich meine. Richtig mit der Spitze hier reingehen. Richtig tief. Das kann man mit den anderen Seitenschneider eben nicht so machen. Und da auch richtig tief abschneiden. Da überlege ich mir noch, was ich mit dem mache jetzt. Da. Den könnte ich jetzt hier noch mit rein schnippeln. Das mache ich jetzt aber nicht. Den schnippel ich tatsächlich jetzt hier auch nochmal ab. So. Und dann einfach beide Zacken von der Rundzange so zusammengepresst lassen. Und einfach so ein bisschen draufpressen. Glatt wie Kinderpropos, ihr Lieben. Also da ist nichts. Da piekst nichts. Und jetzt können wir das Ganze hier bearbeiten. Wir werden jetzt hier ein Kringelchen machen. Wer, wem es jetzt nicht gefällt, wer wirklich nur ein Kringelchen machen möchte. So wie am Ende. Wir haben ja den Draht hier umwickelt. Dann schneidet ihr den dann hier auch ab an der Seite. Und dann habt ihr nur ein Draht, den ihr eindreht und könnt euch den hier drauflegen. Wer aber sagt, ich möchte gerne zwei Kringeln, weil der zweite Kringel, den kann ich benutzen, wenn mein Arm mal etwas weiter wird, dann kann ich das gut rapieren und gut kaschieren damit. So. Und den auch. Also da gibt es viele Gestaltungsmöglichkeiten, ihr Lieben. So. Und den Rest, also den Anfang und das Ende, beziehungsweise die beiden Kringel, also so bleibt es nicht, auf keinen Fall. Aber das hämmer ich jetzt auch wieder. Und dann lege ich mir jetzt auch wieder die linke Seite, die untere Seite. Ihr wisst ja, ich liebe das ja lieber, wenn es glatt ist. Und kann natürlich jetzt diesen einen Draht jetzt hier oben schön draufsetzen. Und den anderen kann ich so draufsetzen. Dann habe ich jetzt so einen Verschluss. Aber wie gesagt, ihr könnt es auch mit einem machen, mit einem Draht. Ihr könnt auch die Kringel etwas kleiner machen. Und die Abstände könnt ihr natürlich auch enger machen. Das ist also wirklich ein vielfältiges Armband. So. Und jetzt haben wir unser Armband hier schön gewerkelt. Ich gehe mal wieder zurück mit euch so ein bisschen. Und jetzt wird es erst mal gebogen. Und dazu können wir natürlich wieder diesen Armreif-Mantrell nehmen. Ihr seht das schon. So. Richtig schön ankicken. Ihr braucht natürlich nicht unbedingt so ein Armreif-Mantrell. Aber viele oder einige kommen damit auch nicht so gut klar und sagen sich, ehe ich eine Wasserflasche nehme. Und das wird nichts. Also mache ich das lieber so. So. Jetzt ist der richtig als Spange. Hier muss ich mal gucken. Hier habe ich diesen Draht. Diesen, der abgeschnitten ist. Das ist zu kurz. Der hat sich... Den muss ich noch nach unten biegen. Also ganz wichtig. Kontrolliert da auch immer, wie ihr das macht. So. Und jetzt könntet ihr die eine Seite nach unten schieben. Und ihr könnt aber auch raufschieben. Daneben lassen. Ich lasse es daneben. Denkt bitte dran, der eine Draht, den wir am Anfang hatten, der ist ja zu kurz abgeschnitten. Leider, leider. Denn sonst wären alle drei Kringel gleichmäßig. Also sechs Zentimeter müsst ihr am Anfang auf alle Fälle lassen. Sechs Zentimeter, die ihr hier in die dritte Hand reinschiebt. Und wo ihr dann mit dem einen Millimeter Draht anfangt, um den 1,5 zu wickeln. Ja, ihr Lieben. Und jetzt habe ich praktisch zwei Armbänder, die unterschiedlich im Design sind. Von der Machart her, also von diesen Kringeln. Weil jeder Kringel wird anders. Aber sie ähneln sich sehr. Und das ist jetzt unser kleines Jubiläumsarmband. Ja. Und so sieht es aus. Meine lieben Drahtis, ich freue mich ganz, ganz doll, dass ihr wieder hier gewesen seid. Und dass ihr reingeschaut habt. Und denkt bitte dran, vergesst den Gutscheincode nicht einzugeben. Ach ja, ich habe ja noch gar nicht erzählt, wie lange der gültig ist. Also theoretisch ist er gültig, bis jetzt kommenden Sonntag. Sonntagnacht, Sonntagabend auf Montag. Guckt mal. Vielleicht verlängere ich den auch noch um ein, zwei Tage. Das seht ihr dann. Aber rechtzeitiges Bestellen ist natürlich mit Code-Eingabe sicherer. Und das andere ist, wer jetzt bestellt und in den Urlaub fährt, der kann natürlich auch von diesem Gutschein profitieren. Dann schreibt rein, bitte erst dann und dann versenden. Ja. Aber ihr habt euch den gesichert. So. Ihr Lieben. Jetzt werde ich erst mal hier weitermachen. Ich habe jetzt noch ein, zwei ganz tolle Videos. Das eine ist ja nochmal ein Projekt von Halke, welches sie beim Drahtreffen gezeigt hat. Ach guckt mal, ihr könnt sogar zwei Armbänder nebeneinander machen und die so ein bisschen versetzen. Das sieht auch gut aus, ne? Da müsst ihr das natürlich richtig biegen dann. Anders biegen. Und dann habe ich noch eine ganz, ganz tolle Überraschung. Eine Blüte. Habe ich auch noch. Also, die, die beim Drahtreffen waren, die haben es ja schon gesehen. Und alle anderen, denen will ich das nicht vorenthalten. Fühlt euch ganz, ganz herzlich gedrückt von mir. Bleibt gesund, ihr Lieben. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinschaut. Und danke, danke für eure, ja, für euren Zuspruch und für eure Fanbase, dass ihr mir so die Treue haltet. Das finde ich mega. In diesem Sinne. Macht's gut, ihr Lieben. Eure Tatjana. 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 Bis zum nächsten Mal.